Ja, hallo Gabriele, vielen, vielen Dank für deine herzliche Einladung hier her zu dir nach Berl. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf und vor allen Dingen das Thema, was wir beide besprechen möchten, ist auch in meinem persönlichen Interesse. Und ich weiß, dass dich vor allem die Altersvorsorge vor einigen Jahren angesprochen hat. Und ich denke mal, da leg einfach mal los, was da für dich die Beweggründe waren, wieso, warum, wo kommst du her, was ist passiert? Ja, danke Michael, danke auch, dass du mich besuchst hier in Berl, finde ich wunderbar. Ja, das Thema Altersvorsorge ist ein für mich sehr wichtiges Thema, ich denke auch für viele andere Menschen ein sehr wichtiges Thema. Ich bin seit vielen Jahren Unternehmerin und habe also das Thema Altersvorsorge natürlich über mein Unternehmen damals versucht aufzubauen. Die Betonung liegt auf versucht, weil es mir in manchen Bereichen einfach nicht gelungen ist. 2008 gab es einen großen Crash in der Wirtschaft, der hat mich betroffen. Und damals war es so, dass ich gedacht habe, so kann es nicht weitergehen, wenn ich mich auf dieses System der Altersvorsorge verlasse, dass ich durch das Unternehmen, durch Versicherungen, durch Systeme von außen mich also versorgen möchte langfristig. Und da habe ich mich bewusst 2008 auf die Suche gemacht oder 2009 auf die Suche gemacht nach einer Alternative. Okay, ich weiß ja nun, wir sehen ja jetzt die Leute zusammen, du hast sie dann gefunden in NSA mit dem Just Plus. Was hat dich da angesprochen, was war jetzt anders, was hat dir gefallen? Zwei Dinge, Michael, haben mir gefallen oder gefallen mir heute immer noch. Das Thema heißt Prävention und zwar ist es die eine, die gesundheitliche Prävention mit dem Produkt Just Plus. Und das andere ist die finanzielle Prävention durch das Unternehmen, durch die Möglichkeit des Vertriebes, des Direktvertriebes, mir ein Einkommen aufzubauen in einem Team und das aufzubauen für die Altersvorsorge, selber zu entscheiden, wie groß mein Einkommen, meine Altersvorsorge sein kann, selbst zu bestimmen, wie lange ich arbeiten möchte und auch mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit wem ich meine Altersvorsorge aufbaue. Nämlich, wenn ich meine Altersvorsorge gut aufbaue, kann ich 100% davon ausgehen, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, das Gleiche für sich tun können. Ja, und da ist meine Aufforderung an Sie, wenn Sie begeistert, wenn Sie Interesse haben, mehr zu diesem Thema Altersvorsorge über den Weg mit Just Plus und NSA zu erfahren, dann drücken Sie den Button hier unten und informieren Sie sich weiter. Vielen Dank, Gabriele, und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei gegebener Anlass wiedersehen. Also, bis dann.